Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 751 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Meine Kopfschmerzen fühlen sich heute wirklich schlimm an. Was kann ich dagegen tun? Meine Kopfschmerzen fühlen sich heute wirklich schlimm an. Was kann ich dagegen tun? Meine Kopfschmerzen fühlen sich heute wirklich schlimm an. Was kann ich dagegen tun? Ich bin definitiv dagegen. Du bekommst meine Zustimmung nicht. Ich bin definitiv dagegen. Du bekommst meine Zustimmung nicht. Du gehst mir auf die Nerven mit deinem ständigen Nörgeln. Du gehst mir auf die Nerven mit deinem ständigen Nörgeln. Du gehst mir auf die Nerven mit deinem ständigen Nörgeln. Eine Banane gehört für mich zu jedem gesunden Frühstück dazu. Eine Banane gehört für mich zu jedem gesunden Frühstück dazu. Eine Banane gehört für mich zu jedem gesunden Frühstück dazu. Der Kompass stammt von einem alten Segelschiff. Der Kompass stammt von einem alten Segelschiff. Der Kompass stammt von einem alten Segelschiff. Ich lege großen Wert auf die Reinheit meiner Haut. Ich lege großen Wert auf die Reinheit meiner Haut. Ich lege großen Wert auf die Reinheit meiner Haut. Wir schaffen neue und bessere Wege, um effektiver zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Die Katze liegt auf einem Stuhl neben dem Tisch. Gemeinsam gehen wir zur Plattform des Eiffelturms und schauen uns Paris von oben an. Gemeinsam gehen wir zur Plattform des Eiffelturms und schauen uns Paris von oben an. Dank des alten Plattenspielers kann ich heute noch Schallplatten hören. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Die Testergebnisse sind interessant. Wir gewinnen daraus neue Erkenntnisse. Die Testergebnisse sind interessant. Wir gewinnen daraus neue Erkenntnisse. Ich finde keinen Parkplatz. Ich bin fremd in dieser Stadt. Ich habe viel von meiner Ballettlehrerin gelernt. Ich bekomme jeden Tag Privatunterricht. Ich habe viel von meiner Ballettlehrerin gelernt. Ich bekomme jeden Tag Privatunterricht. Gib mir bitte den Elektroschrauber. Damit geht es schneller. Gib mir bitte den Elektroschrauber. Damit geht es schneller. Gib mir bitte den Elektroschrauber. Damit geht es schneller. Bleib weg von mir. Ich will dich nicht anstecken. Ich will dich nicht anstecken. Ich habe eine Erkältung und Fieber. Darf ich dir etwas von meinem selbstgemachten frischen Salat anbieten? Darf ich dir etwas von meinem selbstgemachten frischen Salat anbieten? Ich arbeite im Gewächshaus auf einem Bauernhof. Dort gibt es hauptsächlich Tomaten und Kohlrabi. Ich arbeite im Gewächshaus auf einem Bauernhof. Dort gibt es hauptsächlich Tomaten und Kohlrabi. Ich brauche Benzin. Der Tank ist leer. Ich brauche Benzin. Der Tank ist leer. Hanteltraining stärkt meine Muskeln und hilft mir, mich in meinem Körper wohlzufühlen. Hanteltraining stärkt meine Muskeln und hilft mir, mich in meinem Körper wohlzufühlen. Ich habe zwei Ananas gekauft. Möchtest du sie haben? Ich habe zwei Ananas gekauft. Möchtest du sie haben? Das Muskeltraining und die gesunde Ernährung haben dazu beigetragen, meinen Körper wieder in Form zu bringen. Das Muskeltraining und die gesunde Ernährung haben dazu beigetragen, meinen Körper wieder in Form zu bringen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Höhung! 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 Höhung!